So, herzlich willkommen zurück zu Minecraft im Singleplayer Ja, ich habe hier, man sieht, ein anderes Texture Pack, das werdet ihr gleich sehen Und dann noch eine weitere Änderung, und zwar habe ich keinen Shader mehr drin Ja, sagt mir einfach mal, wie ihr das Texture Pack findet Also ich finde es echt eigentlich gut, eigentlich so, ja Ähm, weil mich hat das einfach da diese, diese, äh, Kanten, äh, das Kantenflimmern da so übel genervt, also ohne, ohne Optifine Deswegen habe ich jetzt einfach mal einen Shader rausgemacht So, hier ist ganz schön kahl, so ohne Bäume, aber da wollte ich ja überall noch was hinpflanzen Oder halt was Neues hinbauen, besser gesagt Äh, ja, ich muss ja einfach noch überlegen, was ich hier alles hinmache Aber erst mal, ich brauche, ich brauche eigentlich Erde Erde, Erde Erde Oh, das sind ja zwei Monde, uh So, ich mache erstmal eine Schaufel Am besten, äh, da kommt so eine Diamantschaufel Oh, ich habe noch ein Ding drin Äh, so Ich brauche, ich brauche Stickies Das, Dude, Baby So, ich finde es sieht eigentlich echt voll gut aus, so mit dem Texture Pack So, was brauche ich denn eine Eisenschaufel? Keine Ahnung Warum tue ich die da rein? Äh, so Der war nötig So, ähm Soll ich die verzaubern, so mit fünf Level? Ich glaube, fünf Level bringt es eigentlich nicht zu mega, aber Äh, ich könnte einmal Effizienz machen Ach komm Ach komm Ach komm So Habe ich genügend Platz im Inventar, sieht wohl so aus Warum habe ich eigentlich Eisenspitzhacken mit, ey? Was ist denn los? So Warum das da? Tusch mal da rein Ich habe hier so eine richtig geile Babo-Spitzhacken, da brauche ich das nicht So, ich gehe mal hier, äh, bisschen Erde farmen Tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen kacke ist Ich kann hier mal hier, ich habe hier neben mir mein Macbook offen Mal gucken, wenn das Internet so geht Warte, ich mache mal hier ein bisschen leiser So Wenn das Internet, ah Mama So Warte mal gucken, ob ich hier Internet habe Tut mir leid So, ja Gut, dann könnte ich hier mal ein paar Kommentare vorlesen, was ihr so geschrieben habt In den letzten Wochen Da, wo ich auch nicht da war, wo ich, äh Wo ich nicht aufnehmen konnte und so Mal gucken, was ihr da so geschrieben habt Ähm Ich kann jetzt einfach mal hier YouTube öffnen So Geht hier alles währenddessen Ich bin einfach Multitasking, Junge So So Na du Schweinchen Na So Dankeschön Oh, drei gebratene Steak Ist natürlich schon heftig Heftig, Junge So, ich mache einfach nebenbei Das ist voll schwer, so Äh Aber ein bisschen Erde währenddessen So, ich mache mal Nein Ich mache mal hier Äh Öffentlich So Bin hier gerade im Videomanager drin So, dann gehe ich einfach mal von oben nach unten Mit dem neuesten Kommentar fange ich jetzt einfach mal an Und zwar ist es bei FIFA 14 Karriere 13, 14 Mainz vs. Freiburg Mal gucken, was da jemand geschrieben hat Und zwar der liebe Army of Lion TV Ähm Ich weiß nicht genau Ich werde so Ich werde so Ich tue das Den Kommentar mal hier jetzt einblenden Hier seht ihr ihn Und zwar Und zwar hat er geschrieben Ich gucke Ich gucke euch immer wieder gerne zu Ihr seid besser wie Gomme HD Ähm Ja Dankeschön Also Echt ein hartes Kompliment Also echt vielen Dank dafür Ist natürlich teils teils die Meinung Viele finden uns Also vielleicht finden uns man sie scheiße Manche nicht Ähm Aber besser als Gomme HD Ist ja auch wieder eine Sache weißt Und manche mögen Dome HD nicht Manche mögen ihn und so Aber auf jeden Fall Dankeschön für das Kompliment So mal gucken Gehen einfach mal wieder hier zurück Und der nächste Kommentar ist bei Modern Warfare Folge 12 Und zwar von dem TheBlueRWTF Ja der ist in meiner Klasse Er heißt Marlon Äh Und hat geschrieben Sammy ist schwul Ähm Tja lieber Marlon Da muss ich dich leider enttäuschen Ich bin nicht homosexuell Ich habe eine Freundin Und bin auch glücklich damit Hehehe Ähm Ja Gut Nächster Nächster Kommentar Ist Wo Schreib zu wenig Kommentare Ey Meine Güte So ist bei Let's Play League of Legends Ähm Okay das ist jetzt nicht so ein guter Kommentar Also halt Der ist jetzt nicht relevant für die Folge Sagen wir es so Äh So wenig Kommentare So Gut Ja die sind meistens nur so Feedback Kommentare So Ne Ähm Ne mal schauen was ich noch so finde Oh Oh Ähm So Ja Soviel Kommentar ist jetzt dann auch hier nett Tut mir leid Äh da müsst ihr einfach mal ein paar mehr schreiben Dann kommt ihr wahrscheinlich auch äh In den nächsten Folgen mal vielleicht Werde ich euch erwähnen Sagen wir es mal so Ähm Zum Zeichnen dieser Aufnahme haben wir schon 58 Abonnenten Ja Finde ich eigentlich schon gechillt Alter Ist voll Voll gut Ähm Hätte ich echt nicht gedacht dass wir so schnell wachsen Sagen wir es mal so Ähm Und ja Danke auf jeden Fall dafür Wie viel Art haben wir jetzt? Ah Das wird immer mehr Wir müssen auf jeden Fall sehr großes Terraform betreiben Wir machen dann jetzt nicht ob ich so einen Turm bauen soll Ist natürlich schon äh So ein Riesenprojekt Ich weiß nicht ob das halt dann wirklich So gut ist ne Also das ist immer Äh Geschmacksfrage So Wovon haben wir denn 6 Minuten 30 gleich Äh Ja Wie lange mach ich denn die Folge? Äh Das ist eigentlich ne gute Frage Ich glaub die mach ich mal wieder so 5 Ich mach mal 15 Minuten Parts immer so Ich glaub 15 Minuten ist erträglich So Mer Dann Dann habt ihr es auch hinter euch Dann müsst ihr mir nicht mehr zuhören So Ich mach noch Ich mach noch diese Reihe Und dann haben wir es eigentlich auch schon So mit der Diamant Äh Diamantschaufel geht natürlich ein bisschen schneller So Wohl So Ich hab' das gar nichts von der Musik Aber ich will die halt immer so laut machen ICH MACHI einfach jetzt immer ein bisschen Bisschen leiser Ähm ja, ist halt so, ne, also ich will ja nicht, dass die Musik so wirklich in den Vordergrund kommt ich muss noch mal neue Musik drauf machen, ey das ist ja noch immer die gleiche alte Scheiße wie vor, äh, ein paar Monaten wenn man das so ausdrücken kann ähm, muss ja mal mal ein paar neue in die Playlisten zufügen, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben was ich denn so, äh, hinzufügen soll muss natürlich lizenzfrei sein ja, sonst, äh nicht gut und so aber ansonsten war es eigentlich nicht schlecht so die muss sich doch ein bisschen leiser, ne so das einfach mal so, ne einfach mal so lassen so, wir sind ja auch gleich fertig ah, haben wir ganz schön viele Stacks jetzt schon angekriegt, ne das ist natürlich schon echt erstaunlich ja, ähm, ähm, gestern Bayern, äh, gegen Manchester Manchester City um besser um, 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 um also besser gesagt, ne ähm, 3-1 wie ich's gesagt hab, Leute wie ich's gesagt hab, ich schwör's euch ähm, an der Stelle grüße an dich, Marlon, der gesagt hat, Bayern wird zerfickt klar, hat man ja gesehen ähm, ja, Bayern ganz klar dominanter in dem Spiel ja, kann man halt nix sagen ähm, in der 6. Minute, glaube ich, war's schon mit Repairie, ne also, bomben, Tor einfach nur äh, ist natürlich ein bisschen Pech vom, vom, äh, Keeper von denen, ne ich weiß nicht genau, wie der hieß war natürlich echt schlecht gehalten also, den hätten wir wirklich halten können aber, na, hat das wohl nicht gemacht Glück für die Bayern ähm, Pech für Manchester so wir sind zu lang von dem Thema reden weil vielleicht gibt's ja ein paar von euch die Fußball gar nicht so mögen oder das halt überhaupt nicht interessiert sondern das wäre natürlich auch scheiße Birrer erst mal ein herauslassen ist da noch ein Baum da ist ein Baum oK ok gut das wird nacht das finde ich nicht so gut ja es ist so ein bisschen was anderes so ohne Shader aufzunehmen aber muss halt auch mal sein so jetzt sowieso bald updaten auf 1.4.6 da sollen ja, glaube ich, irgendwie nur Bugfixes gewesen sein oder so ja, ich bin mir ganz sicher Aber ich glaube, so viel Neues gibt es da gar nicht. So, wie mache ich denn das jetzt? Ha, das ist jetzt echt, ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Oh, ich habe immer noch Dynamic Leiste und die Fackeln sehen auch lustig aus. So. Oh, hey, erstmal gegen die Tür laufen. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal schlafen. Denn, ihr merkt, ich habe auch was an meinem Audio, äh, an meinem Audio was getan, damit, also, man hat mir gesagt, es ist ein bisschen so brutal basslastig und so. Also, habe ich es ein bisschen geändert, damit es ein bisschen einfach nur klarer ist, ne. Damit es einfach nur gechillter und so ist, ne. Warte, ich, die sind ja gar nicht so, die sind immer noch so verpixelt, ne. Gut, ähm, jetzt haben wir ganz schön viel Erde. Jetzt kommen wir einfach nochmal, ich habe hier auch den Fock angemacht, habe den einfach mal auf 0,4 gesetzt. Das ist eben eigentlich meine Maus, habe ich die eigentlich angemacht, bin mir gar nicht sicher. Die muss ich mal anmachen, sonst ist das irgendwie scheiße. Sieht man immer, wenn ich jetzt irgendwo hinzei... Wenn ich irgendwo hinzeige, dann, äh, ist ja auch scheiße. Warte, ich mache mal hier den Saum ein bisschen wieder hoch. So. Dich habe ich gehört, mein Freund. So. Wow. Ach, ich verliere ja gar nichts dran. Oh, du armer, 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 bursche. So, da waren wir schon wohl drin. Dann kann ich ja mal wieder hier rausgehen. So. Dö, 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 dö. So. Kann ich mal hier bauen. So. Muss ja alles ordnungsgemäß gemacht werden. Also, geh weg. So. Na, ich finde auch voll geil, dass sie manchmal so Risse und so drin sind bei den Packs-to-Packs. Finde ich eigentlich voll gut gemacht, so. Das ist alles so ein bisschen, äh, also nicht so gleichmäßig, sagen wir mal so, wie so andere Packs. Bei Hannibal war es glaube ich auch immer so ein bisschen gleichmäßig und halt nicht immer so. Ich finde es mal so ungleichmäßigen, finde ich es ein bisschen besser irgendwie. Dann ist es irgendwie ein bisschen so realistisch, als nicht immer so das gleiche, immer so einseitig. Ich weiß, das ist, finde ich, finde ich viel besser so. Ich darf ihn jetzt so arg runtergehen, habe ich das Gefühl. So, vielleicht. Ist ja noch eine Höhle. Ach, das ist ja, ist das Eisenerz. Ich glaube, das ist es. Ja, das ist tatsächlich, tatsächlich Eisenerz. Das wollte ich jetzt nicht. So. So, die Folge ist bald rum. Noch zwei Minuten. Dann gucke ich mir das einfach ganz immer noch mal hier an. Ja, ich könnte hier echt einen geilen Turm hinbauen, ja. Wäre vielleicht... Das muss ich mal zubauen, ey. Das stört voll in der Landschaft, ja. In der Schlucht muss ich mal hier runtergehen, ey. Oh, eine Fresse. Müsste ich einfach echt mal runtergehen und mal gucken, was es da so gibt. So. Ach, dann mache ich noch hier so ein Stück. Ein bisschen ebener machen. Ich weiß, am Ende sieht es vielleicht scheiße aus, wenn alles so eben ist. Aber es sieht dann besser aus, wenn dann wirklich was drauf gebaut wird. Da, das seht ihr dann alles noch irgendwann. Also jetzt nicht gleich sagen, ey, sieht scheiße aus. Mach wieder anders und halt, 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 halt. Hast du das, ne? Du kennst, du kennst, du kennst. So. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wer von euch Let's Player ist. Oder wer halt eigene Videos macht. Wird mich mal interessieren. So. Ich glaube, so bringt es das nicht. So. So, ich mache noch das zu Ende. Dann ist die Folge leider schon vorbei. Dann muss ich, äh, muss ich leider die Folge beenden. So. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte. Ähm, das Thema Livestreams. Ich glaube, da werden in der Zukunft bald welche kommen, mal. Äh, ja, mal schauen, was so, was so die Zukunft bringt. Ich denke mal, äh, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich raffe, wie das so geht, dann wird es bald kommen. Also, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal gefasst machen. So. Also, jetzt sieht es aber echt komisch aus, weil das hier so. Ich bin jetzt so, der, der das so natürlichen kriegt. Keine Ahnung. So, irgendwie, meistens sieht es doch so aus, oder? So, vielleicht. Ja, komm, ich lasse, ja, ich lasse es jetzt einfach so. Gut, dann würde ich sagen, ähm, was ist mit der Folge? Wir sehen uns in der nächsten Folge zu, äh, Folge wieder. Und ich habe bald keine Erde mehr. Dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen, wie ich schon gerade eben erwähnt. Ähm, einen schönen Tag euch noch. Und bis. Tschüss.